Der Stall, der ist da! Hallo, grüß dich, ich schau mal Michi, servus! Grüß dich! Der Harald Stall, der hat ja Schwimmbecken und der möcht's wieder sauber haben. Hättest du da was für ihn? Das ist für sein Hallenbad. Na sicher halt was ganz Tolles. Das schmeißt ihn rein und das Wasser ist wieder perfekt. Das heißt, der Stall ist dann schön sauber? So ist es, genau. Durch und durch gereinigt. Sehr gut, dann nehmen wir ihm das mit. Dankeschön! Pfiat, papa! Pfiat, papa! Pfiat, papa! Pfiat, papa! Pfiat, papa!